Yo! Oh, Entschuldigung, du, jetzt fang an. Sony! Ja, wir spielen heute Sensible Soccer, Dan und ich. Wir haben... Das ist auch ein Klassiker. Wenn man bitte auf... Ja, ich hab grad meinen Stuhl so bisschen arretiert. Ja, hallo, ich bin Dan von Vorspielern. Wir beide spielen, ähm... Bis zum Vergasen, Super Nintendo-Spieler. Ja, wir werden heute mindestens vier, fünf Stunden, oder? Ja, fünf. Ich hab Urlaub. Ich hab morgen Uni, aber... Wann hast du eine Uni? 9 Uhr soll ich da sein. Ja, aber was ist denn das jetzt hier? Soccer ist klar, Fußball. Es ist insensibel. Also es ist wahrscheinlich Frauenfußball. Aber ich guck mal, was es hier geht, also wie das hier funktioniert. Ja, Friendly. Ich hab keine Ahnung, Ich hab nochmal Start gedrückt. Gut. So, was passiert? Select two more teams. Select one more teams. Gut. Was machen wir denn jetzt hier? Ich hab keine Ahnung, Playmatch? Kann man es zusammenspielen? Ich muss eigentlich zusammenspielen. Du bist ja NS-Super Nintendo-Jules. Anscheinend kann man es auch nicht zusammenspielen, wa? Ist das so ein Cineplayer, oder? Weiß ich nicht. Was drückst du denn alles? Ich mach gar nichts. Okay, was machen wir denn alles? Jetzt lass mal die Zwischensequenz laufen. Du hast die mal weggedrückt. Ja. Guck mal, die stellen sich extra für dich auf und dann machst du rum. Ja. Luxemburg gegen Russland. Nein, die sind sogar gleich aus von den Trikots. Das ist automatisch. Die spielen CPU gegeneinander. Okay, da haben wir was falsch gemacht. Ich hab auch. Machen wir mal... Group-Teams. Oh ja! Ich verstehe. Group-Teams. Okay, nochmal Freundschaftsspielen. Feld halt normal. Teams für Freundschaftsspielen wählen. Also, ich wähle. Nimm mal, nimm mal. Wo ist Manchester United? Unter V. Da war keine Ahnung wo Manchester ist. Oh! Da ist es doch. So, gegen Bayern. Das ist klassisch der... Wahrscheinlich muss man... Das ist echt nicht. Zu zweit. Dann kann das sein, dass es automatisch läuft. Und das Freundschaftsspielen ablaufen. Du sitzt dann da und machst nichts. Mensch, das kann sein. Man muss doch immer Freundschaftsspielen. Mach mal Euro-Superlin. Ich drück mal Start. Geh mal ins Menü rüber. Ach, Daniel. Weißt du wie das jetzt geht? Ja, pass auf. Ich will aber nicht Bayern sein. So, pass auf. Ich? Also, du drückst nichts? Klar nicht. F, P musst du drücken. Weil wir hatten immer C. Das heißt Computer. Was nimmst du? Ich bin das jetzt. Weiß ich nicht. Ja, du machst jetzt nichts. Ja, ich mach nichts. Dann machst du nichts. Wo ist denn Eintracht Frankfurt? Mhm. Nee, komm nicht. Denkst du wirklich, ja? Ja? Ja. Dann Sparzelona. Ja. Aber warte, ich muss Start drücken? Nee. Runden drücken. Okay. Runden zu machen. Also du musst den erst wegflicken. So, und jetzt? Ah, jetzt ja. Eine Insel. Jetzt kannst du sogar... Oh! Ryan Gox. Peter Schmischel. Ach Gott, die sind aber lang her. Eric Cantona. Eric Cantona. Eric. David ist mit I davor. Ja, aber... Hier der Irwin. Dennis. Gary Pellister. Ist egal. Die leben wahrscheinlich gar nicht mehr. Doch! So, was machst du jetzt hier schon? Spielen oder was? Stopp! Ja, das bist du. Barcelona. Also ich möchte jetzt auch eine andere... Weiß ich noch, ob das jetzt geht, gell? Guck mal, du hast sogar Risto Stolfkopf hier. Ich möchte... Du hast Guardiola! Guck mal! Der hat auch mal Barcelona ein Spiel. So. Aha. 5-4-1, ja? Ja. Ich bin ja eh nicht gut. Also ich kann das eh nicht. Keine Ahnung noch. Ich hoffe, dass es geht. Lass mal auf. Also ich bin auf jeden Fall rot. Ja. Ich bin rot. Mensch ist das rot. Mensch ist das rot? Barcelona ist blau? Stopp! Oh, 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 oh! Kannst du? Geht das? Ah, yeah! Geht das? Ja. Hast du auch gesehen? Glaubst du, der Computer schießt es aus? Okay. Ich hab keine Ahnung was hier tun muss. Oh, es sind da Zahlen drüber? What? Oh, mit Viereckes passen? Oh, mit Viereckes passen? Oh, fuu! Also ich hab den PS-Controller jetzt im Kopf. Ja. Mit Viereckes passen, glaub ich. Okay. Ja, rede auch mit mir. Ja, ja. Und Kreises schießen. Okay. Oder ist das Kreises schießen oder Flammengeweifel? Ja, Kreis würde einfach nur schießen sein, weil das war jetzt gerade nicht so gut. Wow! Hä? Ja, mein Taubert hat's gemacht. Warte mal. Ich mach mal. Das war jetzt, äh, Viereck. What? Wow! Ich hab ja nicht wieder aussteigen lassen. Und der Dreieck hab ich jetzt auch gedrückt. Das war der Dreieck. Dreieck ist jetzt, äh... Flanke oder was? Weiß ich nicht, was das jetzt war. Weil es irgendwie ins Leere ging. Oh, pass in den Lauf anscheinend. Sah gut aus. Oh. Oh. Keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll jetzt aber eigentlich. Also ich trage jetzt mal, äh, Kreis. So, das ist Pass. Nee. Oh, mit X ist Grätschen, glaub ich. Nee, das waren die automatisch. Nee, nee, das ist schon richtig. Oh. Wow, das war voll gut, ey. Abseits gibt's hier glaub ich nicht in dem Spiel. Abseits gibt's auch nicht im echten Fußball. So ein Lüge. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Aber die Grafik ist schon gar nicht mal so gut. Ja. Ich würd sogar gelb dafür. Ja, und der Chewie, der ist los. Das ist ne harte Star Wars, ey. Ich hab gar nichts gemacht. Replay! Sau gut. Hauptsags gibt's mal Replay. Da muss man die Grafik nochmal, die Engine gucken. Was ist denn jetzt los? Achso, das ist auswechselnd. Das ist mit links und linker Schultertaste. Das ist mit links und linker Schultertaste. Nein. Jetzt gut. Gut. Nein, Daniel. Hör auf, jetzt such nochmal. Oh. Da musst du die Taktik ändern, ja. Ah, geil. Ja. Ah, das ist geil. Oh. 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 Das ist mein Spirit, ey. Sliden. Oh. 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 Das ist aber Curtain- families Toni생 tagen auszuschauen. Das heißt sie schon komplett aussteigen, ne? Ja! Schirmvita! Ja, das war doch vorher? Ja. Ach komm. Geh flластig. Ich dich zu zehn mal aus wirkt. Und da gibt es Geld. Kannst du irgendwas machen? Jo. Jawoll. Ja. Rein gelau. Er ist schon ein Replay bei Euer Augen. Das war immer so ein Action-Replay. Das ist wie wenn man den... also es sah aus, als ob der Torhüter einfach... da überläuft man den Ball daneben. Was denn? Du hast schon den falsch gedreht. Ja. Ich will den auswechseln, Mann. Wen denn? Die Zehn. Die Zehn? Warum? Die Sechs. Weil die Rote gelb hat. Also kommt öfters vor, dass noch ein Elfmeter verschwillt ist, ja. Boah. Starkes Stück. Jetzt haben wir schon Action geladen, ne? Ja, so sensibel ist das. Warum ist das denn Siegel, ey? Es gab schon 12 Millionen Zocker, wahrscheinlich. Ja. Hartzocker, Mediumzocker. Was findest du das? Nein, das bin ich. Aus Versehen. Alter, geh mal weg. Du bist rot. Ja, ist ja klar. Alles klar. Hä? Was? Ach. Nach dem Glück Halbzeit. Das war's ruhig und zu mir nehmen. Boah. Alter, das liegt mir vor allem ja beim Alter. Die Dreiviertelstunde ging jetzt im Fluglärmür vorbei. Ja, ja. Ging ratzfatz. Das war schon geile Grafik, ne? Mit dem Grün und so. Ja, ja, ja. Ah. Boah. Boah. Da wollte ich es wissen. Da wollte ich es echt wissen, ey. Ja. 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 Was ist das für ein Arsch? Ach du, die Zähne. Die haben gerade ausgelöstet. Geht rot, ey. Ja. Das ist das Ding. Schön, die Tomaten auf den Augen. Das war ganz klar beigespielt. Ja, ja. Guck. Der liegt noch am Boden so lange. Yo. Furchtbar, ey. Sieht wie ein Mann der geflogen ist. Der ist ja aus Eck. Eckball jetzt das erste Mal. Hast du mir jetzt in der Abwehr gelacht, ey. Ich muss das Ergebnis halten. Das ist immer für uns wichtig. Oh. Nein. Nein. Ich trot. Mit dir kannst du nichts anfangen, ey. Die haben die Ballen gekriegt. Jawoll. Die bleiben da liegen und sind am tollen Zimmer. Das ist immer ein eigenes Tor. Das war die beste Trollschrift bis jetzt. Ja, von mir. Jo. Replay, ey. Ey, das ist wie bei Alien. Was? Die heißt ja auch Replay. Ja. Was ist da denn? Replay. Warum schon wieder die Replay, ey? Was ist denn los? Vor allem bei so einem Ding. Was war denn das denn? Hallo? Mit Select kannst du Replay mal Insta. Oh nein. 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 Oh Mann. Das wollen wir doch mal sehen. Ich wusste doch jetzt gar nicht, wo ich bin. Nur weil der Ball fliegt. Halt die Fresse. Ich hab Feierabend. Ich hab doch jetzt überhaupt nicht gesehen, wo ich bin, ey. Ich wusste gar nicht, wie die Zeitlinie das jetzt gerade ist. Oh. Ich trinne mal die Wutze dahinten. Ja komm, die Neun. Ja komm. Die Neun. Wie geht? Die Neun geht. Ja. So. Alter. Das war ein Torschuss oder sowas. Der Mutter ist ein Torschuss, ey. Manchmal. Der Mutter hat Torschuss Panik, du. So. Was ist denn los? Ich traf. Oh, Ryan Gox sagt. Mist. Mist, wie der war weg, nein. Daniel. Ich mach doch gar nichts. Ich weiß. Ich seh das an der Farbe. Ja. Seh ich auch manchmal. Hey. Wuh. Wie haben Sie mich gern hier. Jo. Oh. Der Tor hat er nur als Hand gespielt. Das hab ich gesehen, ey. Oh, och. Da war David Bockhom. hört ok. Bock. 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 Hammwashed. Was ist das, ey? Ich würde schon sagen... Fuck! Ach, komm hier! Und da macht er das Ding um 2 zu 0! Barcelona ist chancenlos! Ja, also 90 Minuten können so schnell den Flug vorbeigehen, hat einem ein bisschen Spaß gemacht die Grafik ist absolut scheiße und ich würde es halt nicht mehr spielen wollen. Echt nicht? Das reicht mir jetzt. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, gell? Ja, dann würde ich sagen, du kannst gerne noch was zeigen ich will es nicht mehr spielen, was willst du denn zeigen? Eufer Cup Was komplett anderes Okay Hier... Milan und Milano Milan ist wahrscheinlich AC Mailand Milano ist Inter Mailand und Inter Okay, was zeigst du jetzt hier? Jetzt siehst du... Hast du einen Cup? Ja, eine Besonderheit von dem Spiel siehst du jetzt Was passiert denn jetzt hier? Was druckst du da durch? Ich... Ich spiele gegen Amsterdam Was war jetzt die Besonderheit von dem Spiel? Ich spiele gegen Amsterdam Ach, das ist die Besonderheit? Ja Ja, es ist jetzt so ein Cup Ja Da musst du jetzt gewinnen Ja, guck hier! Also du spielst jetzt quasi ein Turnier Ja Ups Ja gut, das ist ja... Ist ja mal was anderes, gell? Ja gut, ich meine die Farbe hat sich ja auch geändert Also das ganze... Vom Gras, ne? Ja, also ich meine es gibt auch mehrere Grafik-Settings Mehrere Grautöne gibt's Ne, das ist doch ein Grautöne Ah... Beichtöne Joa, ich bin fast reingelaufen Joa... Ne, aber ich würd sagen, ich nutze auch mal die Zeit, wenn ihr zuziehen, dass ihr ein bisschen Soccer spielt Schaut doch mal rein, wir haben hier an unserer Liste noch einige von diesen supergeilen, super Nintendo-Spielen Mit der der Toos angefangen hat Und es regnet gerade, worauf der Toos mich jetzt nur gewissen hat Ja, aber voll übel Schau's mal an Ich glaub, ich muss noch meinen Weber-Grill reinholen Ja, ich stelle ihn dann zwischen uns Dann können wir dann direkt vom Grill abitülen Ich bin Vegetarier Ja, dann musst du halt die Tofu-Wurst essen Ach, jetzt hast du faul gemacht Ne, ähm... Ich bin's blöd Ja gut, das ist halt... Man kann keine Tofu schießen Ich sag mal so, zu der Zeit, äh... Da ist ja der Knaller, ne? Ja, eben Also so ein Stück, so ein Tor aus dem Spielverlauf haben wir noch gar nicht gesehen Ne, aber wenn ihr nostalgisch seid Was? Jawoll In R gibt's Guck mal Gutes Ding Ja, wenn ihr nostalgisch unterwegs seid, dann guckt mal unsere Playlist Wir haben viele, viele Spiele einfach mal so vorbereitet Hauptsächlich die Tools Und eben heute bin ich mal dabei Ja, ja, wir sind beide gekommen Ne, warte nicht Und äh... Lär ich gerne, aber warum ich such's nicht Von jedem... von jedem Spiel... Jaaaaaaah Gaaaaaah 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 Von jedem Spiel gibt's immer noch ein Maximal zwei Parts A 10-15 Minuten Ganz gemütlich Und ähm... Ja, dann könnt ihr das Beste rauspicken für euch Viel Nostalgic Macht's gut, Leute Ich bin der... Sind wir schon fertig? Wir sind jetzt fertig Oder müssen wir ein bisschen weiter spielen? Nö Macht's gut! Tschüss! Flop!